Ja, soll ich mal den Sidekick rausnehmen? Ich mach mal den Sidekick raus, ja. Schon schade, wenn der Sidekick draußen ist, oder? Ja, aber es sind halt immer irgendwie drei, vier Leute tot, direkt instant. Ah ja, das findest du auch... Also, das ist schon ein bisschen viel, oder? Dann sollte der Sidekick nur nicht morden können. Wir können ja auch mal einen Spy reinnehmen. Wollt ihr mal einen Spy drin haben? Nee. Also, ich glaub, ich bin nicht von hier. Danke, danke. Viel Spaß. Stark, Spaß. Viel Spaß. Mutal. Ah, Imposter. Mit Schrei. Junge, der Warlock. Freunde, es ist der Warlock. Ich warlock auf jeden Fall sie. Weil, ähm... ... ... ... ... Bisschen spät. Oh je, dann bin ich drauf stehen geblieben. Ich hab gehofft, dass du's gesehen hast. Nee, ich war an der Task und ich hab nichts gesehen. Er ist an mir geplatzt. Wir haben zusammen eine Task gemacht. Ich wollte gerade rüberlaufen, wollte meine nächste Task machen und er ist an mir geplatzt. Basically direkt neben dir. Du hast so ein Zittern in deiner Stimme. Weil ich verwirrt bin. Schorner Marie. Och Mann, wenn du mich Schorner Marie nennst... Ist dir auch aufgefallen, ne? Schorner Marie. Sie hat schon ein Plan. Nee, ich war wirklich verwirrt gerade. Ohne Scheiß. Oder ich bin's immer noch. Ich hab im ersten Moment überlegt, hat er auf mich geschossen? Wurde er geworlockt? War es ein Vampire? Vampire wüsste ich nicht wer, weil Stugi wäre nicht da geblieben. Also Vampire wüsste ich sein. Warlock gewesen sein, wäre jetzt mein Guess. Aber ich hab keine Ahnung. Der ist wie gesagt einfach an mir geplatzt. Ich glaub nicht, dass der auf mich geschossen hat. Das war mein Guess. Unwahrscheinlich. Du kennst sie besser. Sag sie die Wahrheit. Bitte? Ich hab gesagt, du kennst sie besser. Sag sie gerade die Wahrheit. Ich werd den Teufel tun. Und wenn sie jetzt lügen würde und ich sage, sie lügt, dann haut sie mir auf den Kopf. Also ich kenne dich besser, weil ich mir Zeit verbringen muss, als ob ich die jetzt überführe. Aber nicht so. Du erkenntst also nicht, Shoshis Lügenstimme. Ich sag die Wahrheit. Shoshis klingt nach Wahrheit. Also ich bin's nicht in der Wahrheit. Wo ist denn die Leiche umgefallen? Also an welchem Spot? Im Lab. Direkt im Prinzip auf der Door zwischen, wo du Temperatur machst und dem Teleskop. Dann klingt auf jeden Fall realistisch. Shoshis ist nicht mehr. Sorry, sorry. Wo liegt die Leiche genau? Genau auf der Türschwelle. Zwischen den zwei Räumen auf dem Lab. Also auf dem OR, theoretisch. Ich bin Tracker, ich hab Claire getrackt und ich hab auch gesehen, dass er da noch im Lab ist. Der Claire ist gerade eben in der Autor an mir vorbeigelaufen. Verdammt. Was? Verdammt. 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 Dammit. Färst du es raus in den Kiel? Ich bin in der Trap gewesen. Ich bin ein Elektriker. Es kracht schon wieder an allen Enden, ne? Der Opa, ja. Der Opa. Soll ich jetzt nochmal Shy Warlocken? Ich warlock sie, glaube ich, nochmal. Warum steht er denn da so? Ähm. Ja, ne. Weiß ich nicht. Oh, okay. Okay, grüner ist Chameleon. Grün ist Chameleon, Katze. Keiner Licht anmachen will, ne? Keiner Licht anmachen will. Okay. Ey, wer war da gerade mit mir in der Trap? Smaggy, Vivi? Flask und Smaggy. Ja, ja, ja. Vivi, Flask und Smaggy. Ich war schon der Zweiten. Maro legt da Müll in O2. Hä? Wir haben... Tester, was hast du denn schon für deine Settings eingestellt? Was denn? Wir haben sieben Leute, die wenden können. Was? Was? Hä? Ja, ich nicht. Wieso sieben Leute? Haben wir den Sidekick ausgemacht, oder nicht? Können wir uns alle... Einfach alle in Wend reinhocken gleich? Wieso sieben Leute? Jakal, zwei Imposter, sind drei. Dein Ingenieur vielleicht, vier. Wulcher, fünf, Thief, sechs. Ja, aber die können ja nicht alle drin sein, Thief und Wulcher. Und Sidekick, ne? Nee, das hat ich gerade ausgemacht. Sidekick ist groß. Und Thief? Oh, drei neutrale Rollen. Jakal, Sidekick, Thief, Wulcher, zwei Imposter und Ingenieur. Oh mein Gott. Wir haben zwei neutrale Rollen. Ne, ein bis drei. Nee, ein bis drei. Ja, ein bis drei, ja. Joshi, kurze Frage. Du warst jetzt auch beim Download. Wo kamst du her? Thomas Weapons. Ich habe Weapons gemacht gehabt. Also der Trapper weiß jetzt, dass ich eine gute Nudel... Aber die Settings haben wir jetzt auch schon seit einem halben Jahr so, ne? Also ich habe da jetzt nicht viel verändert. So. Ja. Der erste war auch zuletzt noch im Lab. Und du hast es auch mit dem Lab gelaufen. Ja. Ich denke mal, tendenziell wird zwischen Stugi, Shoshi... Und Stugi hätte ich tatsächlich rausgenommen, dass es sei denn, jemand sagt jetzt, das war ein Date, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann haben wir die zwei Killer. Ich bin also Schochi. Ja, aber wenn... Also auch wenn in der Trap eine böse Rolle drin ist, ist es Maggie. Nein. Ich bin eine gute Rolle. Alles Liebe Rollen, nur in der ersten Trap, die war da in Electrical. Da war übrigens auch eine von den Personen in der anderen Trap gerade eben mit drin ist, der Jakaal mit dabei gewesen. Hui. Oh, okay, dann ist das Jakaal, oder? Nein. Nein. Ihr drei seid alle absolut lieb. Okay, okay, okay. Alle absolut lieb, ihr drei. Ich habe es falsch verstanden. Okay, Katze ist der Trapper, ja gut. Katze ist der Trapper. So, ich, äh, Shine nochmal warlocken. Shine nochmal warlocken. Sie könnte bestimmt... Boah, Junge, wie schnell war der denn da? Der kam doch von Leitz, oder? Hat er es gesehen? Der kam halt sehr schnell da hin, ne? Hä, der ist gestorben? Wurde der jetzt gekillt? Hallo? Hallo? Aber wieso denn ihn jetzt killen? Den können wir doch wissen. Ich habe die Katze gefunden. Äh, zwischen Boiler Room und Weapons. Aber ich habe niemanden gesehen. Weil Licht davor noch... Dings... Aber ich dachte, ich reporte mal. Erst ist Maggie gestorben, ungefähr 10 Sekunden und Katze ist, äh, ja so... 5, 4... Warte mal, wo ist die Leiche? Zwischen Boiler Room und Weapons. Ah. Maggie liegt im Lab. Äh, da war ich gerade drin. Wissen wir, wann das passiert ist jeweils? Oder haben wir da... Ja, ja, habe ich ja gerade gesagt, also... Ja, nicht nacheinander, sondern wirklich. Irgendwer war gerade Camps, könnte es sein? Ja, ich, genau. Und davor war... Ich glaube, Bless, du hast das Licht gefixt? Ja. Genau. Und Bless müsste da oben noch an den Kabeln stehen. Ich glaube, dass Joshi böse ist. Deswegen habe ich ja gefragt, wie lang. Ich glaube trotzdem, dass du Killer bist. Wenn du das begründen könntest, das wäre cool, aber ja. Ich habe da eine Trickster-Box gesehen. Ich habe da eine Trickster-Box gesehen in der oberen Dekon. Die Trickster-Box? Die Trickster-Box. Ich frage mal kurz den Trickster hinter mir, ob er da eine Box... Ich weiß nicht, die Märchen, die ich gerade vor mir auf dein Bein runtergucken... Also haben wir noch ein paar sinnvolle Infos anstatt deine Stimme... Hier steht... Bad Alive Rolls in the Game Trickster. Aber wenn ich nicht reportet hätte, dann wäre ich wieder gebotet worden. Ach so, es gibt noch einen Trickster. Na ja, dann können wir ja skippen, oder? Darauf geschissen. Ähm, ja, also nee, für mich ist es leider halt offensichtlich. Dann schieß los. Erzähl. Nö. Ihr habt noch zehn Sekunden, sag! Nee, kann ich nicht. Zu spät. Ich kann sie nicht verteidigen, wenn ich jetzt was sage. Zieh, aha! Ja, ja. Ich fliege so oder so, okay. Ja, aber ich bin mehr. Ich sprich so. Ich habe mehr, aber du kommst mal, ja. Ah, scheiße, Junge. Ah, Mann. Ah. Ah. Ah, nee. Dann ist, ähm, Blesk die Snitch, ne? Stugi wusste, dass Maggie im Dingens liegt. Also ist er wahrscheinlich böse. Ach, er hat irgendwie eine Rolle zum Tracken oder sowas. Scheiße. Ah, ich spiele auch nicht gut gerade. Aha. Bin ich gespannt. Ja. Die waren wie viel getötet und ist dann, glaube ich, in Storage hochgewendet. Also es ist halt... Also so drei Sekunden vor deinem Report kam Stugi mir entgegen. Wo bist denn du? Ähm... Der ist mir entgegengekommen. Electrical, dieses T, wenn man da runter geht. So rechts von O2 ungefähr. Was hast du gesagt zwischen mir und Stugi? Nee, Kimo. Zwischen mir und Kimo? Ja. Was? Ja, einer von euch beiden ist böse. Aus meiner Sicht. Ich würde dich in den Sass werfen, Flesk. Weil du bist gerade vorgelaufen zur Tür und dann zurückgelaufen. Also du bist schon über die Leiche gestolpert. Aha. Ja, weil ich gucken wollte, wer noch Tue ist. Ich habe vorher auf dem Admin-Table geguckt. Und wenn du jetzt... Also ich habe doch gerade Schosche gekickt und habe gesagt, ich bin Meier. Also ich bin gerade... Ja, da muss es Kimo sein. Nee, 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 nee. Ja, meine Rolle ist Proof. Also ich bin es definitiv nicht. Naja, für dich. Für dich ist Proof. Ja, ich bin es nicht. Du kannst ja... Naja, und woher sollen wir das wissen, wenn wir nicht böse sind? Ja. Boah, Junge. Du bist also Stripster. Ja, ich sehe die Stripster-Boxen aber auch, Stugi. Wollen wir Terz da einfach voten? Starker Call. Terz da einfach voten. Terz da, was ist in deiner Sicht der Dinge? Ja, ich bin ein bisschen überfragt. Ja, das waren es alle. Ich bin ein bisschen überfragt. Lesk hatte vorhin... Was waren denn vorhin deine Infos? Du wusstest ja vorhin an, wie wer Killer ist oder so, Lesk. Das wolltest du nicht so spät? Ja, Shoshi, dachte ich. Ja, okay. Muss es Kimo sein? Nee, 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 nee. Boah, Junge, Junge, Junge. Warum krieg ich den schon wieder zwei Votes? Irgendwer trollt und ich weiß nicht, ob ich es bin. Äh, Lesk ist tatsächlich ein Mayor. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, Lesk ist tatsächlich ein Mayor. Wir sind vier Leute. Mayor. Kann ich einfach Stugi killen und Wlesk essen, ne? Nee, warte mal, der ist nicht ein Mayor, oder? Ist der ein Mayor? Ist der ein Mayor? Ist der ein Mayor? Ja. Ja. Dann war Stugi die Snitch. Stugi, scheiße. Dann war Stugi die Snitch, aber wir haben, dann ist Vlesk der Mayor wahrscheinlich. Dann ist Vlesk wahrscheinlich der Mayor. Dann hat Vlesk mich als einziger gevotet. Hey, Vlesk hat mich doch nicht als einziger gevotet, oder? Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich hab mich selber auf den Button geämmert, äh, nachdem ich den Live-Line gesehen habe, dass, ähm, ich hab an der Live-Line gesehen, dass Stugi tot ist. Kimo kann's ja nicht sein, weil wir haben zusammen das Licht gefixt, äh, sprich, ist für mich halt Terse. Ja, das hab ich nämlich davor auch schon gedacht, dass Terse ist. Ja, ich muss mal gessen jetzt hier. Ach. Ja, ja, Mensch. Boah, Junge, ich hab's nicht vorher schon gegessen. Ja, weil ich's hab, ich hab's nicht auf dem Schirm, ne, und ich, äh, ich hab's nicht auf dem Schirm. Du sagst im Meeting, sagst du, hey, voten wir einfach Terse. Und du votest dann einfach Vlesk, hättest du Terse? Ja, eben, das hat mich halt auch übel verwirrt, ne? Ich war der einzige, der Terse geworstet hat. Ja, eben, das hat mich halt ultra verwirrt. Aber Stugi hat ja auch nicht Terse geworstet, ne? Ja, nee, nee, Stugi hat Kimo geworstet. Warum? Für mich war's dann Kimo. Ja, weil er von der Leiche kam. Boah, Junge. Boah. Ich war nicht immer so geil. Und du konntest es ja nicht sein, Flasht, weil ich den Mayor vot auf Shoshi. Deswegen wusste ich ja, dass du... Aber du hast ja trotzdem erst gesagt, ich bin böse. Er war da erst die erste Verwirrung. Boah, Junge, Junge. Das war halt das, was ich gesagt hatte. Du hast Vivi getötet und bist einfach in den Storage reingewendet, oder? Ja, genau, ja, ja. Ja, genau. Junge, sechs Kills. Der hat einfach sechs Kills. Sechs Kills gemacht, ey. Das ist einfach die... Aber einigsten, Leute, 21 und Pummel, kam doch schon von Luxus. Ja, Freunde, an der Stelle, hallo YouTube, ne? Was eine krasse Runde. Als Warlock hier alle niedergeschnetzelt. Ja, ich hätte halt vorher gegessen können, aber ich war mir da so ein bisschen unsicher und ich hatte das mit dem Mayor nicht mehr so am Schirm. Ähm, keine Ahnung. Wie wär's denn, wenn du mich mal am Arsch läckst? Freunde, an der Stelle, lasst gerne kostenlos hier auf YouTube ein Abo da, würde ich mich sehr freuen, ja. Okay, sehr viele Leute von euch haben hier noch nicht abonniert. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Das kostet euch nix. Und ihr kriegt immer eine Meldung, wenn neue Videos online kommen. Jeden Tag, 16 Uhr. Ganz viel Liebe, danke euch.